Neun Monate und damit drei länger als ursprünglich geplant, werte der Umbau von Teilen der Polizeiwache. Am Dienstag wurden diese nun auch offiziell freigegeben. 732.000 Euro gab es vom Land für die Sanierung der Lüftungsanlage und der Waffenkammer, der Verlegung der Poststelle ins Erdgeschoss, für die Verbesserung des Heizkreislaufs, den Umbau des Eingangsbereichs und damit auch die energetische Aufwertung. Inbegriffen sind da auch Kosten für die Beseitigung von Schadstoffen, die zu einem großen Teil erst während der Sanierung ausgemacht wurden. 130.000 Euro wurden dazu vom Land nachfinanziert. Doch auch die Polizeiinspektion selbst schoss einige Euros aus dem Budget Bauunterhaltung hinterher. Für sanitäre Anlagen beispielsweise, die nicht im Gesamtpaket inbegriffen waren, für Beleuchtungen, fürs Mobiliar, für Umkleideschränke und Waffenschließfächer. Macht 72.000 Euro und damit gesamt mehr als eine Dreiviertelmillion Euro für diese Operation am offenen Herzen. Auf Jahrzehnte ad acta ist das Thema Sanierung damit aber nicht. Denn das 35 Jahre alte Gebäude hat weitere Schwachstellen.